Herr Hintze, der Herr Kohl hat bei der Eröffnung vom Parteitag so einen niedlichen Löwen tragen. Erinnern Sie sich, das Foto ging durch die ganze Presse. So einen großen Löwen von der Firma Steiff. Kommen Sie mit, oder was? Ja, wir gehen auch weiter. Nur eine Frage. Was hat die Firma Steiff der CDU bezahlt? Für die Werbung. Ja, ich wollte nur mal fragen für die Werbung. Was habt ihr bezahlt? Entschuldigung, lassen Sie. Kannst du uns nochmal eine Antwort geben? Ich frage eine ganz normale... Haben Sie was bezahlt? Haben Sie was bezahlt? Haben Sie nichts bezahlt? Bitte, bitte, bitte. Also, ich darf keine Werbung machen, aber die dürfen das machen. Herr Hintze, was hat die CDU bekommen für den Bär? Lass mich doch mal fragen. Lass uns doch mal selber entscheiden, ob er antworten will. Aber seid ihr verrückt hier? Ich möchte eine Frage stellen, sonst nichts. Ja, gibt es das da noch? Er kann doch was... Was spinnt ihr hier? Herr Hintze, was haben Sie dann bekommen für den Bären? Firtz, lauf! Hilfe! 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 Hilfe!